Welcome zum Kurspreview von unserer Flowline. Und ja, wir nehmen jetzt schön die Flowline durch die S-Kurven und dann die eine Möglichkeit der zwei Möglichkeiten auf dem großen Table erst machen. So, das war Option 1. Schön über den großen Table drüber. Und jetzt nehmen wir noch mal Option 2 und zwar hier über den kleinen Table. So, das war die Flowline mit den beiden Möglichkeiten, die wir fangen können. Und ich würde sagen, da war es das mit dem Video. Und morgen wird dann wieder ein neues Video kommen, wieder ein neuer Trail. Und zwar wird diesmal wahrscheinlich der Oldschool Trail kommen. Und auf jeden Fall auch noch der Single Trail und der Enduro Trail. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen auf die nächsten Tagen. Und ja, dann war es das mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.